Wer hat diese Map ausgesucht? Wir haben Freddy schon wieder. Wir haben schon wieder einen Freddy. Ich habe einen... Ich koche mal einen Kaffee mit Wasser. Hab ich doch gerade gesagt, wir haben wieder Freddy. Na macht nichts, ich bin in dem Keller. Wer macht einen Kaffee mit Wasser? Boah, Peter. Ich habe es nicht bekommen. Warum wieder auf mich? Was hab ich euch ge... Ich habe es nicht. Ah! 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 Aber wenigstens ist mir da von vorne zu fahren, im Tunnel zu. Ja, da nimmt so, da ist nicht passiert. Danach gehen wir einen kleinen Keller runter, wo es gerade wieder leer war. Okay, Peter hat es gemacht. Na, ich gehe den Leere retten. Ah, nee, tut. Fake-Paletten, Achtung! Also da hat Fake-Paletten, schreibt gerade Peter. Ach nee, Peter hängt da vor dem Haken. Wir sollen uns wach machen in den Toiletten. Kommt immer zu dir, dich retten? Okay, dann mach ich den Chen oben fertig. Okay, gut zu wissen. Ja, ich kann es so vorstellen. Also ganz kurz, ich mach gerade oben im großen Haus den Chen. Nein, der kommt zu meinem. Aber meiner zu 90, über 80 Prozent war. Ja. Jo. So. Er kommt hoch. Ja, Tüftler haben wir schon rausgekriegt, Peter. Okay, ich mach den Chen der Natura-Check. Easy, guys. Also Killer-Check, der Chen wird gerade gemacht, ist gerade bei 20 Prozent. und ... ... ... ... ... Okay, ich komme da zu dir, ich mache ein Centene, ja? Okay, da kommt zu mir. Okay, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Okay, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ja. ich glaube ich auch er ist weg von mir er kommt zurück ich mache neben der schule das tor auf haben sie Ich glaube auch, dass der Peter sucht. Ja, er hat mich rausgescheucht gerade. Ich guck nach wo Peter ist. Peter ist vor der Killer-Check. Er geht raus, er gibt Peter die Luke. Er kommt hier besser. Ihr sollt raus, ihr sollt raus. Peter schreibt raus. Nein, er hat er nicht. Er kämmt ihn weg. Er geht raus, er geht raus, er geht raus. Hey! Sorry, Peter. Wo warst du die ganze Zeit, Peter? Wir haben eigentlich gewartet, dass du kommst, dass wir den hier drängen können. Ja, er meinte, nein, Peter meinte gerade, ihr seidet ihr, die, ähm, aus den Zerwegen gelegt worden, als Sicherheitsfunken. Wie soll der Ding sich, äh, warum hat hier Ding sich nicht geheilt? Er hätte sich ja heilen können. Da war er von uns auch in der Schule.